Wieder einmal bummeln wir über den Marktplatz von Bergen auf Rühen. Hier befinden sich viele Bürgerhäuser im Fachwerk Stiel, die zu einem Teil aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen. Nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt befindet sich ein mittelalterlicher Klosterhof und die Sankt-Marie-Kirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leider ist die Kirche verschlossen. Im Klosterhof beenden wir unseren Ausflug nach Bergen auf Rühen. Ich gebe Ihnen die Kirche nach Rühen. Wir machen die Kirche im Klosterhof. Wir machen die Kirche nach Rühen.